herzlich willkommen hier beim kanal hier bei holy lol für euch ist ein tag vergangen für uns 20 sekunden wir haben die nächsten gegner mochi lato und acrari schöne autos haben sie zumindest der vorne der süd ist gut der sieht richtig gut aus der agrarie der sieht wirklich gut aus schönes auto ich habe den aufgeber den kenne ich meine das ist der hardline ja auch könnte sein ja irgendwie sowas bekommen hat das ist das richtig gut gemacht leute hat sie auch schöne autos hatte leiten kommentieren abonnieren in die videobeschreibung schaue beim twitch account folgende meintem schon mein creator kunde eingeben holen unterstützt nämlich ein bisschen und das war es eigentlich ich nur warte mal das twitter kommt gesagt ja ja das war es kommt leute wir starten ja alles gab irgendwas habe ich bestimmt aber irgendwas genau ist ja egal hauptsache abonniert und so dann die videos immer locker so ein zwei drei stunden hersehen als alle anderen als zusätzliches zusätzliches judy die die nicht ich musste den so spielen ich dachte er spielt den ball weg da habe ich mir gedacht da machst du mal so bevor der herrland ist ja das stimmt oh gott er ist fies aber nicht tun wie ist einfach der meister aller klassen hier die ich gebe mein bestes ich liebe es ja ja danke dafür ich gehe auf mittel boost machen und dann gucke ich mal ich bin leider dran vorbeigedrammelt ich habe jetzt schon gedacht sehr gut das sieht man selten von dir ja ja aber man sieht es unser holi volle überraschung ja ja profi rocket league spieler hier machen wir demnächst die rs ist dann unsicher aber logisch ja so nicht ruhig bleiben bin auf ihm gelandet so ein bisschen schwierig lassen wir er kommt noch mal zu dir jetzt ja da musste ich auch ja ja der akari der war relativ schnell da sehr schön gut aufgepasst ich habe ihm nochmal einen mitgegeben wo habe ich ihn richtig bekommen oh ne ich muss zurückziehen mich vorsicht vorsicht ok sein mate hat den ballon nicht geschlossen ah schade oh er kommt aber noch nicht schade ich wollte ihn in die kurze ecke spielen schöne demo ah der ist für dich der andere ist weit weg ich treffe ihn nicht nochmal habe mir zu viel vorgenommen ich hatte gedacht du bist vor mir gewesen deswegen ich hatte ich hatte irgendwie meine position komplett verlassen ich habe ich gedacht ich brauche jetzt die vier pila oder so was ich habe gedacht ich brauche jetzt die vier pila oder so was ich war derjenige der blödsinn gemacht hat ich wäre fast über die hohe gegangen du vorsicht wer kommt man kann das jetzt schon so stehen lassen der akari ist auf jeden fall der bessere von den beiden ja ich dachte der andere kommt nicht ja aber akari trifft nicht und ich habe open boom 5 1 Leute wir rocken das ding ey wir sind sehr gut unterwegs hier wir haben sogar punkte ausgeglichen in dem spiellichsten bild das auf jeden fall nicht 640 und 503 wir machen unseren Job gut jawoll ja schöner block so nicht mein jung sehr schön hat er nicht weggebammt gehabt oder was der hat es versucht gehabt aber ich bin noch jetzt da die hochgesprungen vorsicht schön alles gut da habe ich jetzt aber ein bisschen gebammt habe ich 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 ein bisschen ist das ein träumchen ich meine wir haben im allerersten turnier nicht so ein ähnliches erzielt ja ich glaube auch ihr könnt ihr mal in die kommentare schreiben ob wir ähnlich gespielt haben im ersten spiel du hast übrigens was vergessen zu sagen ich habe aufgegeben ich habe jetzt gar nicht aufgepasst ja 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 elfe liebe ja leute halbfinale oder halbfinale oder halbfinale oder müsste wir haben wir haben halbfinale große schritte hier richtung grand champ turnier weiße ich glaube wir sind da schon sehr gute auf den spuren ja man weil wir einfach gut sind ja immer was anderes wenn ihr was anderes brauchte der ist ein lügner richtig richtig die anderen spielen von punkt aktuell leute ich schneide bis bis gleich ich denke jetzt mein schluck bis gleich gesehen und so leute es geht weiter halbfinale halbfinale let's go wenn wir jetzt verliert ist mir das scheißegal halbfinale ist ein geiles ergebnis wenn champions turnier für uns beide auf jeden fall ja auch vier schon mal erreicht das muss man sagen also ich versuche mal nach rechts habe ich habe irgendwie das gefühl die manns bieten machen sie nicht und er kommt aber auch kacke ich wollte schießen aber ja die haben besser reagiert ich habe ihn gewandt und sie tut mir fast leid aber nur fast nur fast oh man oh scheiße macht er nix vorsicht doppel nix Junge Hübel Erzefakt ich habe keinen boost ja brauchst du nicht ich mache ein Tor ich mache ein Tor Mann wuuu 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 ah Räumchen so sieht es aus hier ah schön sorry kein Problem oh die machen noch sorry und so jetzt geht dann nach rechts ja die wollen ihren Team Spirit nicht zerstören finde ich auch gut ja aber ist doch hier ein europäisches Turnier da ist das doch im guten Ton dass man den Team Spirit zerstört ja mittlerweile sind wir ja hier nicht mehr an das etwas anderes gewohnt ne ja ja oh der kommt zu dir alles gut ich habe ihn noch europäische Server sind sehr 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 toxisch leider ja wir haben es dann mal getestet ne ja haben wir ja die Weltreise oh kacke wo geht der denn hin auch schön wir haben ja die Weltreise Leute falls ihr das nicht gesehen habt ähm machen wir bestimmt nochmal aber ihr könnt auch die alten Videos nochmal gucken mit der Weltreise Ike immer nach ihnen ah scheiße äh schade ja wo könnte man wirklich nochmal machen weil allmählich sieht man so fern wenig richtig ist ja Urlaubszeit aktuell vielleicht nach den Ferien wenn alle wieder zu hause sind dann ist nicht mehr so viel los in die Länder weißt du hm 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 das stimmt dann sind alle wieder zu hause und wir können in Ruhe in Ruhe dann der Rocketik spielen oh was ist denn mit denen entspannt euch doch mal lass uns gewinnen ja das ist Champions von dir ne ich glaube das war so einfach für dich oh oh shit alles gut ich bin noch da oh sehr gut hab ich aber nur blocken können ich geh mal ins Tor ja jetzt ich spring schon wieder dran vorbei was ist denn los zieh mal ab oh ich mach ihn nicht oh schade oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein oh an den Pfosten dieses Turnier ist so Pfostenlastig Pfosten wär das Wort ist doch wahr ich hatte ja auch mal Pech gehabt mit meinem Lattentreffer oh fuck ganz tschüss oh was macht euch oh vorsicht oh oh das gibt's oh verdammt das hat keiner gesehen oh Gott ich hoffe das hat keiner gesehen los alle abschalten scheiße ich 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 nimm's mit Humor ja ich bin zerstört na da konnte ich ihn auch nicht abwehren naja wir haben ja noch wir haben ja noch zwei Spiele vor uns oh man war das peinlich ey dann lass uns jetzt in diesem Spiel alle unsere Fehler machen und dann klappt das oder wir machen so eine Aufholjagd wie im zweiten oder dritten Spiel das war ja auch wert da sehe ich uns noch oh oh nicht verfahren ja schön oh schön come on schönes Tor das gucke ich mir nochmal an du ah schön ein Träumchen schön geht's der wird nach rechts gehen der hundertprozentig glaub ich vielleicht und auch nicht gut dass du in der Mitte gefahren bist ich hab nen Leck ich hab nen Leck gehabt ich hab nen Leck gehabt du bist doch bei 40 normalerweise hast du doch immer weniger als ich ja weiß ich auch nicht und ich hatte jetzt grad übelst Leute das habt ihr doch auch gesehen ja zum Glück hab ich das in der Aufnahme ich kann es beweisen beim fahren auf einmal ist alles stehen geblieben du ja das kann ja mal bei dem Spiel hier ob das mal vorkommen sollte ich eben so ein Leck weiß ich nicht ne das sollte nicht aber kommt halt leider ist es einer? oh fuck oh fuck ja komm komm Imbel oh schade ja oh der macht den Backslip macht der oh ich krieg ihn nicht zerstört den BBC Typen wieder nicht oh oh ich hab ihn mal so jetzt für dich oh schade ich dachte ich komm ran oh oh ne oh fast oh forsten sei Dank ja schön aufgepasst nein zu weit nach links da wird wieder ab wer kriegt ihn? also E-Mail das war jetzt echt unnötig hier führt schon 5-2 und dann wenn man man muss dann immer noch eine Demo machen weiß ich nicht finde das schwach schade ja oder die dürfte auch nicht vergessen das ist äh champion turnier halbfinale ne? naja okay es egal ob 6 2 oder 5 2 das tor die tor de france c zum glück nicht in rocket league ja weil jetzt können wir nämlich zeigen jetzt können wir zeigen was in uns steckt richtig ja das werden wir jetzt auch abrufen einfach mal kurz schütteln machen wir ich schüttel mich wenn ich jetzt mal nicht hier ja wenn ich jetzt mal spiele wie sponge war und nicht wie patrick star geht's ja ja welcher tor hast du mit sich zurück ja so hab ich mich gerade gefühlt bei dem wegentor weißt du ja ja oh god wollte ja noch volle polo draufgelegt hatte vielleicht noch ein zerstört die wollen mich ja schön dass die dumme ja die da pass mal auf da 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 will er mich zerstören eine und dann konnte ich nicht mehr reagieren ja die haben auch gemerkt dass ich mich da verflügelt habe und dann war die natürlich meine vorne das schuss am arsch guter schutz was schreiben die denn da die leiden jetzt ein bisschen an selbst ich dachte geht rechts und schade nicht auch mit mir freunde ich dachte der wollte außen vorbeiziehen deswegen war so eine 50 50 chance für mich drauf gehen um immer muss man gucken die sinne mit der latte latte schöne parade ich wünschte der wäre mehr in die mitte gegangen ja das war zu tief nicht so tief rüdiger nicht so tief und die ist sowieso so warm und dann schützt man auch noch rein das ich bin zerstört habe ihn auch gut rüber ja hatte kein boost hat er geguckt ob ich vielleicht ein paar kleine boostfälle einsammeln kann und ich aber nicht schade langsam die nämlich auf die nerven der jahre wieder zerstört die wissen dass du der gute von uns beiden bist die wollen dich ein bisschen aus dem spiel nehmen ja aber trotzdem ich meine so wäre würden sie dich ja auch nicht zerstören wir machen wir nicht mich lassen sie in ruhe müssen dass ich je kacke bin wir lieben ein bisschen in dich junge spät lieben sagte tumbi also ist das pech hier oder ist das pech das pech leider eine ahnung wie ich den verteidigen kann es nicht ich glaube da hätte ich den ball gerade hier lassen sollen aber ich weiß auch nicht ob du bei mir in der nähe warst nee alles gut nee nee war war alles richtig war alles richtig ich war in lauerstellung aber dass der sohn wieder ist ja aber mich drüber weggeflogen der ball das konnte ich leider nicht oh shit oh shit oh shit ja knapp ist wir haben noch zeit ich habe schon geahnt wo ich dann mitgesprochen bin das habe ich schon geahnt der kickoff war super von mir spitze scheiße oh sorry du warst auch oben und nein ich hab's nicht gesehen ich war auch oben ich wollte nämlich was ausprobieren mein das wird irgendwie gedacht das soll pass werden habe mich vertüttelt aber gut dass du da bist die sind ja nur noch am rahmen die langsam ich auch sagt hier auch wieder an den scheiß forsten verdammt jetzt habe ich auch wieder nicht getroffen das war einsame spitze schön gemacht ich habe dich da in der mitte umgurken sehen habe ich da muss ja tony mal schießen ja wollte da hoch natürlich aber auch kacke von mir ach man hast du jetzt aber hat er kommt auch nicht bis zweimal den ich schwitze ich schwitze wie ein tier bei der tumbi der ist einfach nur ein verrückter tübe der schweißer und keins weiter verdammt hätte ich das gar nicht der imeltyp ne der geht mir so auf die eier schön versuch noch mal hoch na gut wir gehen in die verlängerung leute wir gehen in die verlängerung jetzt wissen wir ja danke dafür ein blali nein mein ding das war ja ich habe mich verdreht das war mein ding den hätte ich eigentlich haben denn den zu was habe ich locker welche bälle und den hatte ich eindeutig nicht ja ein paar punkte haben wir 160.000 punkte leute das wird ein opening ich sage euch das wird ein verrücktes opening leute weiß wisst ihr was verrückt ist leider sind wir rausgeflogen wir waren aber im halbfinale wir haben sehr gut performt wie ist auch meine fehler ja aber du top 4 ja so schlecht war es gar nicht wenn man jedes turnier in die top 4 kommt ist man auch grand champ turnier dann ist man auch im grand champ turnier darf man nicht vergessen irgendwann so nach und nach richtig so und falls ihr auch mal ins grand champ turnier kommen wollt müsst ihr einfach super spielen besser spielen als ich selbstverständlich und natürlich liken kommentieren und abonnieren so dann haut rein tumbi danke dir für das schöne turnier oh entschuldigung dass ich gerade dich unterbrochen habe ich habe mal gerade läuft die aufnahme noch ja du hast mich unterbrochen ich habe ja du hast ja gerade hier gesagt hier von wegen tschüss oder sowas ja ich habe gerade ein äußerst pokal aufgemacht ja ich habe die torexplosion gekriegt jetzt sag mir noch in titan weiß dann komme ich jetzt gleich dahin gefangen und taue die eine rein aber sonst so bumm denn ich im titan weiß aber ein karmesin rot nein doch in painted aaaah ja oh nein scheiße ich werde die das nächste mal anlegen und leute im nächsten video sehen wir die karmesin rote torexplosion vom tombstone und hier die grüße an meine kanalmitglieder an meine lauten unterstützer vielen dank phoenix vielen dank aksw vielen dank phil und vielen dank tombstone vielen dank für eure unterstützung unterstützung unterstützung